Hallo, das ist auf jeden Fall eine Sache, die Person hat halt gut gemacht. Ja, finde ich auch. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal runter wieder. Speichern. Wir haben Montag. Und jetzt könnten wir mal zocken, wenn du möchtest. Jetzt könnte man wieder mit unserer Internetbekanntschaft da irgendwie... Boah. Runde zocken. Okay, dass Jumbe jetzt hier nicht sitzt, das ist klar. Das ergibt auch Sinn. Also, ich weiß nicht, was wir jetzt an einem freien Tag machen sollten. Also. Ja, schade, dass man die eigentlich nur irgendwie... Schlau kannst du nicht mehr werden. Nachrichten blicken auf. Maya will wohl Online Innocent Sin mit dir spielen. Was möchtest du mit dem Rest des Tages anfangen? Natürlich MMO spielen. Nix anderes. Dann entscheidest du dich, den Tag mit Spielen zu verbringen. Eine sehr... Eine sehr gute Entscheidung. Im Krankenhaus Lunar Vale. Du siehst keinen anderen Spieler. Kann es sein, dass sie irgendwie mein PC gehackt hat oder so? Ich weiß nicht. Irgendwie macht mir das Sorge, wenn ich nur mit der alleine da abhänge. Das Mädchen Grau meldet sich an. WC Tatsuya Sternchen, Dach, Unterstrich, 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 Dach, Sternchen. Schön, dich zu sehen. Erkennst du mich noch? Bedrückte Smiley. Kennen wir uns? Klar, das ist schon mehrere Monate her, aber ja. Der erinnert sich echt noch? Oh wow. Mein. Die Mitspielerin ist glücklich. Das ist genauso wie wenn sich Maya und Tatsuya erinnern. Oh, Freude. Hm, was sind wir bitte für Leute, die bei so einem tollen Wetter drin hocken? Uff, ja, gut, was soll ich jetzt sagen, ne? Es ist okay, ein Spiel zu genießen. Sunshine wird... Vielleicht sind wir halt einzig. Weißt du das? Sunshine wird echt überwertet. Ja, vor allem Hits, ey. Also, ich hasse es, wenn es so richtig warm ist. Weiß ich nicht. Sunshine wird überwertet. Haha, ganz genau. XD. Maya scheint sich zu amüsieren. Wir sind ja keine Otakus oder sowas. LOL. Wir wollten doch stärker werden, aber nun quatschen wir bloß. Penis Smiley. Hey, Levelgrinding ist so nervig. Ich, mit dir reden, macht mehr Spaß, Tatsuya. Ähm, Persona 3. Also, bei aller Liebe. Aber ich glaube, du bist das letzte Spiel, das irgendwie sich über Levelgrinding lustig machen sollte. Beziehungsweise sagen sollte, Levelgrinding ist so nervig. Ich meine, 80% eines Spiels besteht nur aus Levelgrinding, ne? Maya hat sich dir geöffnet. Oh, beziehungsweise jetzt stärker. Na, immerhin, Level 2. Naja. So, Social Link Online Game, Stufe 2, Reit, Eremit, blablabla. Oh, Sunk. Äh, ich muss für eine Weile weg. Sorry, bis später. Hab ganz vergessen, dass heute der große Aktionstag endet. Oh, mhm. X-Smiley. Mayas Spiel meldet sich ab. Ne, Maya Spieler meldet sich ab. Du meldest dich auch ab. Am Ende kommt raus. Es ist, keine Ahnung. Es ist irgendwie, wer könnte es sein? Es ist, äh, na, Nozomi ist es, genau. Nozomi ist Maya. Das würde ich dir zutrauen. Die nächsten vier Tage lang ist Schülerpraktikum. Na, dann auf in Schülerpraktikum. Yeah. Daran erinnere ich mich immer gerne. Schülerpraktikum hat immer so viel Spaß gemacht. Ivatore Einkaufsstraße Wild Duck Burger. Du hilfst dir in den nächsten vier Tagen beim Sauermachen. Wow. Da haben wir ja eine gute Stelle erreicht, ja, ne? Die Menge an Müll ist unglaublich. Der Müll ist voll abgelaufener Lebensmittel, die entsorgt werden müssen. Schön, das klingt ja auch nach einem sehr hygienischen Ort hier, ne? Wunderbar. Okay, mein Ohr springt sogar. Komm, das wollen wir uns nicht antun, ja, so ungefähr. Ivatore Einkaufsstraße Wild Duck Burger. Heute ist der letzte Tag des Schülerpraktikums. Ha, ha, ha. Der Manager hat ja erzählt, dass viele Zutaten aus Entwicklungsländern importiert werden. Manche Gebiete sind dank der Exporte zum Wohlstand gekommen. Als Obkommen. Das wird aus irgendeiner Chemiefabrik irgendwie aus dem Fluss gefischt. Das war's dann. Du spürst, dass du etwas Wichtiges gelernt hast, dass man nicht unter verschwendete Woche abhaken kann. Was? Dein Wissen hat sich wesentlich erhöht. Aber das ist auch eine Sache, die finde ich sehr schade bei Persona 3, dass das irgendwie nicht ausgekostet wird. Auch mal solche Ereignisse, ne? Das sind halt so wie, ja, gut, du hast Schülerpraktikum, zack, 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 Schülerpraktikum vorbei. Das war jetzt ja nicht mal, das war eine Minute oder zwei Minuten, die wir jetzt mit dem Schülerpraktikum verbracht haben, ne? Jumpei-san ist immer noch bekümmert. Langsam machte er mir richtig Sorgen. Nach allem, was er durchgemacht hat, kann ich ihn gut verstehen. Diese Woche hatte er allerdings Glück. Keiner hat bemerkt, dass er fehlte, weil alle beim Schülerpraktikum waren. Naja, hoffentlich geht es ihm inzwischen besser. Ich werde es diesen Strägertypen zeigen. Ich halte das nicht mehr aus. Das Gefühl kenne ich. Aber diese Last liegt nicht allein auf dir. Ich weiß. So, sollen wir uns mal die neue Person angucken, würde ich mal sagen, ne? Jumpei-ori... Trismegistus, wer ist das denn? Das ist doch wieder irgendeine mythologische Figur, oder? Spaltenquell des Lebens, na klar. Regeneriert im Kampf für Runde etliche TP. Oh, krass. Agi, Rakukaya ist okay. Angriffsprung... Achso. Na gut, wir haben ja auch Level 32, sonst wäre er wahrscheinlich schon viel stärker. Aber... Also regeneriert im Kampf für Runde etliche TP ist natürlich richtig geil, ne? Muss man ehrlich mal sagen. Tja. Ich hoffe, es war kein Fehler, aber wir haben jetzt, wie gesagt, Eges, Fuka... Äh, Eges, Jukari und Mitsuo. Also, wir wechseln. Das jetzt auf den letzten Meter des Spiels nicht mehr. Wäre auch Quatsch, ne? So, Wuff-Wuff. Sieh die flähend an, raus mit dir. Wuff-Wuff-Wuff. Hat er das aufgehoben. Madbull. Schön, so eine schöne, zerbeulte, angesiffte Flasche. Die will ich unbedingt haben. Hast du gut gemacht, wirklich. Oh, oh. Zweiter oder Dritter ist dann Vollmond, ne? Ah, hier ist Elisabeth. Es gibt neue Opfer. Im Tartarus. Ich wollte dir sagen, dass sich noch ein Mensch im Tartarus befindet. Ich glaube, diesmal geht es um drei. Bitte mach dich umgehend an die Rettung. Bis dann. Kann das sein, dass wir diesmal, dass da nicht mehr dazu kommen? Ich glaube, drei ist halt schon relativ eindeutig, oder? Äh, ja, wollen wir dann gleich... Ich meine, was sagst du? Wollen wir dann gleich sozusagen ins Tartarus gehen, oder? Falls denn jetzt alle da sind, die wir brauchen. So, was sollen wir denn machen? Wollen wir denn hier mit, äh, Chihiro abhängen, oder mit, äh, ja, mit Chantal? Was sagst du? Oder hast du andere Präferenzen? Chihiro. Äh, 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 Blögensan, äh, 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 bist du auf dem Heimweg? Äh, äh, willst du zur Gesellschaft? Chihiro will dich anscheinend nach Hause bringen. Ich hab die Gerechtigkeit zu besonderer Throne. Oh, na klar, dann los geht's. Äh, 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 ja, äh, dann, äh, gehen wir doch irgendwo hin. Chihiro freut sich und will mit dir ins Zauberland. Ivatodai-Einkaufsstraße, Antiquariat Bookworms. Du stümmerst mit Chihiro in der Bücherei. Plötzlich verwandeln sie alle in Schweine. Äh, tut mir leid, dich damit zu belästigen. Mach dir keine Sorgen, ich hatte sowieso Langeweile. Auch Blögensan, wirklich ein Charmeur wie eh und je, ne? Äh, wenn du meinst, oh, aber, äh, danke. Chihiro freut sich. Ich war so damit beschäftigt, in den Büchern zu stöbern. Äh, äh, entschuldige, dass ich dich ignoriert habe, Blögensan. Äh, 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 ähm, tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Hier gibt es so viele interessante Bücher, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Lies so viel Blögensan. Ich lese die Klassiker, ich lese Mangas Modezeitschriften, ich lese nicht viel. Naja, also werden wir jetzt sozusagen schon Teil, aber ich lese nicht, ich will doch zu scheiße. Ja, komm, wir sind, wir sind doch ein kultivierter Pläugen, ne? Wir lesen Klassiker. Echt, das, ähm, hätte ich nicht gedacht. Du siehst so dumm aus, ne? Chihiro freut sich. Klassiker sind zwar nicht gerade unterhaltsam, aber ich respektiere, was die Autoren damit erreichen wollten. Chihiro erzählt aufgeregt von Romanen. Oh, tut mir leid, das, ähm, ist wahrscheinlich kein guter Ort zum Reden. Wir könnten andere Kunden stören. Aber wieso, wir sind doch vor dem Laden. Also, uns kann doch keiner irgendwie verbieten, vor dem Laden zu uns zu unterhalten, oder? Ähm, Blögensan, ist es langweilig, mit so einem, ähm, Nerd wie mir herumzuhängen? Nicht wirklich, ja und wie, ich kann es kaum aushalten, ey. Ist mir ja, ist mir wirklich nicht. Nein, nicht wirklich, wir wollen natürlich wieder das Ego streicheln. Das freut mich, das beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Chihiro wirkt erleichtert. Oh, ähm, also, äh, heute habe ich es geschafft, dir gegenüber, ich selbst zu seinem Blögensan. Das ist ein großer Schritt für mich. Danke. Chihiro ist dankbar für eure gemeinsame Zeit. Eure Beziehung ist jetzt viel stärker. Ja, und Blögen nutzt das aus und lügt sich auch noch so kackdreist an, ne? Kassenwarten. Ist auch eine komische Bezeichnung, ich meine. Ist ja wahrscheinlich, aber. Hier ist noch so viel mehr als eine Kassenwartung. Es wird dunkel. Wir sehen uns in der Schule. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w. W-w-w-w-w-w-w-w. Wiedersehen. Du gehst zurück ins Wohnheim. In der Lounge. Mitsuo hat alle zusammengetrommelt. Ja, ist nicht so einfach, ne? So, was willst du? Das kam für mich. Es ist aus dem Krankenhaus. Achso, ich wundere, dass jetzt nicht dasteht. Alle sind da, aber Shidori ist zufälligerweise nicht anwesend. Das hätte auch gefehlt, ja. Ist das Shidori's Sketchbook? Sie waren durch ihre Items, wenn sie sie gefunden haben. Okay. Oh. Ähm. Ja. Ich weiß, ich muss davon ausziehen. Aber es ist einfach so hart. Sieh es dir an. Ne, haltet durch. Komm, wir sind mal wieder so ein bisschen, ne? Durchsprechend. Ja. Tu es einfach. Hey, Junpei. Ja, dann lass ihn doch selbst erst mal reinschauen, oder? Ich meine, das kann ich mal reingucken. Okay, das ging jetzt schon immer ein bisschen arrogant. Ich meine, ich meine, es hat zwei Augen im Kopf, ne? Vielleicht ist es gar nicht so abstrakt, wie du das vorstellst. Aha. Lukari schickt das Skizzenbuch auf. Ja. Ja, ehrlich mal, Junpei, warum bist du so arrogant? Junpei schaut in das Skizzenbuch. Oh, je. Oh, je. Ja. Also, das ist schon krass, ne? Also, ich meine, Junpei scheint ja wirklich hier, ne? Also, draw me like your French girls, ne? Sag ich dann nur. Chidori. Oh, Gott. Jetzt riecht da wieder ein Nerven zusammenbruch. Hm, Themawechsel. Junpei. Lass uns doch über Shin reden, ne? Der ist auch tot. Oh, na, obwohl. Oh. Es ist wie, sie sagt mir, zu stoppen, um dich herumzuhalten. Sie muss sich nach dir schauen. Naja, jetzt ist der wahrsten Sinne des Wortes in dir drin, ne? Ich meine, sie ist Teil deines Herzens. Sie ist mit dir verschmolzen. Ihr seid jetzt ein Mutant, ne? Ein Mutant der Liebe. Pläugen. Ich habe besagt, eine Kampf zu erlangen, um die dunkle Stunde zu erlangen. Sehr gut. Ja, ich würde auch gerne auf dich zählen, ne? Also, jetzt keine eigenen Touren mehr oder keine Ego-Trips, das wäre ganz nett, ne? Ich würde, das verstehe ich. Wow, das verstehe ich. Ja, komm, ja, ne? Ich zähle auch auf dich. Du solltest nicht auf mich zählen. Ich bin psychopathisch und komplett unzuverlässig. Nein, ich zähle auch auf dich. Du drückst Junpei fest die Hand und streichelst ihnen die Wange. Junpei. Deine Freunde lächeln mit Tränen in den Augen. Du spürst eine starke Bindung zu ihnen. Ah, jetzt meine ich wieder Sees. Level 9, da siehst du jetzt immer auch wirklich fast am Ende hier. Der Social Link Sees hat Stufe 9 erreicht. Deine Macht, Personas des Arcanas Narre zu erstaffen, ist angestiegen. Ja, auch Junpei guckt hier wieder so melodramatisch aus dem Fenster. Gut, ich würde sagen, lass mal Tartarus jetzt starten, ne? Ich kämpfe, um die Dark Hour zu besiegen. Ich kämpfe, besiege die Dark Hour, beende das alles und lebe für uns beide. Für uns beide. Oh Gott. Oh, Shidori. Tut mir leid, aber heute kriege ich nichts hin. Ich bin morgen zurück. Ist ja halt, ich brauche nicht. Wie kann ich helfen von einem Stato? Diese Leute haben schon was vor und können nicht rausgehen. Junpei bleibt drauf. Ja, ist okay. Ist das alles? Und dann in den Tartarus. Okay, ich sage den anderen Bescheid. Wir warten um Mitternacht. So. Wir werden ja jetzt so schnell durchraschen wie möglich, ne? Also nochmal brauchen wir das jetzt nicht. So, also. So, Yukari. Und klar, sollst du mitkommen. Du kommst auch mit. Ha! Und du auch noch. I'll show you what's going on. Wir können aber trotzdem nochmal in Velvet Room gucken. Ja. Ich spüre jemanden. Er ist, oder gut, das ist relativ eingeschränkt. Da ist jemand im Tartarus zwischen den Ebenen 164 und 169. Nein, sie scheinen auf, sie scheinen auch auf anderen Ebenen zu sein. Am besten suchst du im Turm nach ihnen und findest sie so schnell wie möglich. 164, 169. So. Kann man noch irgendwelche Aufträge erstmal nur so? Irgendwas Neues zufällig? Wahrscheinlich nicht. Nein. Können wir was Schönes fusionieren? Wahrscheinlich Sechseck nicht. Tod, Tod, Tod. Oh, Tartarus, das muss ja echt eine krasse Persona sein, ne? Wir haben ja nicht mal eine Sache von denen, ne? Ja, ne, das wird auch nichts Dreiecks. Ja, wahrscheinlich nicht. 63 können wir jetzt kreieren. Haben wir irgendwas da in der Richtung? Höllenbiker haben wir ja jeweils, ne? Aber den haben wir ja schon. Ich glaube nicht. Ja, ein Versuch war es ja wert, ne? Ich lese jetzt nur normaler Dings aus, wahrscheinlich auch nicht. Ne. Wahrscheinlich, um da so richtig gute neue Personas rauszukriegen, müsste man auch die mit Personas sehr niedrigeren Stufen irgendwie vermischen. Aber, wie gesagt, ich werde jetzt nicht sinnlos irgendwelche Personas aus meinem Kompendium kaufen. Ja. So, wollen wir mal. 163. Oh Gott. Aber 160, gut, das ist relativ nah. Gut. Das dürfte ja dann nicht so lange dauern. 163 bis 90. Also das ist ja gerade da, wo der neue Abschnitt anfängt, hier. Die, äh, der Disco-Tathaus, ne? So, aufspalten. Ja, und bitte lasst euch nicht angreifen. Wäre das möglich? Ja, weiter geht's. Obwohl die ja mittlerweile alle Angst haben vor mir. Gut, na, gut. Ah, kommt mal wieder her. Ich habe es selbst gefunden. Aber ich glaube, es ist mittlerweile auch super. Super aufgebaut hier. So, weg da. So, 163. Ja, ich vermute mal, das wird wirklich erst in dem neuen Abschnitt hier sein. Ich finde die Abstände immer noch ein bisschen nervig, muss ich sagen. Und ja, da ist noch Platz genau für eine Schicht, für einen Abschnitt ist da noch. Ah, guck mal, die haben mittlerweile auch Angst vor uns. Ah, alle haben Angst vor Pläugen und seiner psychopatische Gruppe. Ich helfe mal mit. Das freut mich für dich. Ja, schön, dass ihr alle Angst haben. Weg mit euch. Verpisst euch. Los. Haha. Geh mal weg. Ja, geh weg. Antigift. Ja, ich glaube, ausspalten ist ja echt eine richtig gute Sache. Bei diesen gigantischen Ebenen, die wir haben. Das ist halt schon krass, ne? Treibung gefunden. Weiter geht's. Bitte. Ranzige Soße, ey. Wie viel ranzige Soßen wir schon haben. Also, das ist ja schon abartig. Das ist alles mit uns rumtragen. Das ist schön. Ich möchte es dann bitte sehen. Okay. Weil das ist ja ein toller Ausrüstungsgegenstand. Für einen unserer Teammitglieder. Nein. Zugangspunkt brauche ich nicht. Wenn dann die Treppe. Ich will mich wenn dann nach oben treppen. Oh, oh, oh. Ach, egal. Komm, scheiß auf. Ich will schnell aus dem Dardos raus. Sag mal, wo ist denn die Treppe hier? Das kann doch nicht sein. Ja, was hast du denn gefunden? Kampftrikot. Warum ist alles pechschwarz? Ich kann leider nicht sehen, was um mich herum passiert. Seid vorsichtig, wenn du durch diese Ebene gehst. Ah. Ja, toll. Gerade auf diesem Floor, wo alles dunkel ist. Das ist natürlich ungünstig hier. Ja, das ist also das Pech, was ich habe hier. Kampftrikot. Also, ich kann es nicht tragen. Oder bin ich jetzt blind? Yukari vielleicht? Kampftrikot. Oder ist es wirklich was hier zum Beispiel für Ken? Oder bin ich jetzt gerade blind? Weiß ich nicht. Weiß ich doch unter Anzug. Yukari konnte, ja. Ich habe es gar nicht gesehen. Kampftrikot, ja. Aber es ist leichte Kampfwurstung nur für Frauen. Ja. Ja, aber gut. Ich habe was Besseres. Oder? Ja, Kukai ist. Ja, 106 runter. Obwohl es gleichwertig. Ne, da ist es ja sogar besser. Guck mal, hier haben wir nur 3 Magie. Hier haben wir 4 Magie. Also, ist das Ding sogar besser. Kampftrikot. Komm mal, Mitsu zum Beispiel. Ne, das Mate Outfit passt schon. Ja, ne, das passt. Die anderen behalten ihre... Ja, ihre Mate Outfits an, würde ich sagen. Passt schon. So, bleiben wir jetzt einfach mal zusammen und suchen jetzt die Person in der Hoffnung, dass ich die... Ich habe keine Orientierung, ne, aber in der Hoffnung, dass wir die jetzt doch irgendwie finden werden. Ach ja, Persona 3 wollte hier unbedingt nochmal so eine Such- und Rettungsaktion irgendwie mit einbinden, ne. Das war unbedingt notwendig, ne. Ja, was können wir machen? La 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 la. Ja, wenigstens drücken die Farben nicht so, wenn man nicht alles sieht, ne. Das ist ja auch schon mal was Positives. Ich laufe wahrscheinlich fünfmal an der gleichen Ecke vorbei, oder so. Weg da. Na, da haben wir sie doch. Äh, uuuh. Bob-Bandeln zum Eingang, ja. So haben wir das. Gut, wir haben eine gefunden. Weiter geht's. Äh, 170, 76. Ey, Mann, das ist jetzt ein Schnelldurchlauf, wie gesagt. So gebannt ist das jetzt nicht. Ja, komm, wir schaden 171. Das wird ja nicht auf der 170. Ebene sein. Also, da können wir schon von ausgehen. Ja, also ich werde jetzt nicht die unnötigen Ebenen da noch mit abgrasen. Das wird schon hinauern. Das wird schon klappen. Ah, schön. Treppe gleich am Eingang. So kann das, wie gesagt, immer sein. Immer schön die Treppe am Eingang lassen, ne. Please spread out and search the area. Ooh, I found some money. Das ist schön. Money, money, money. Oh, is funny. Noch mehr Geld. Treppe gefunden. Yo. Bitte. Ja gut, den Koffer hätte sie jetzt auch noch stampen können, aber ist ja. Ach, Tartarus. Kein Stream ohne Tartarus, hä? Hatten wir schon mal einen Stream ohne Tartarus? Ich glaube nicht. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Wenn dann jetzt lange, lange, lange her. Vielleicht ganz am Anfang, wo wir da Tartarus noch nicht als Konzept kannten oder so. Aber ich glaube, eigentlich immer. Sehr schön. Jemand ist on the Ebene. Das ist schön. Ja, guck mal, jetzt geht's doch bestimmt irgendwann mal her. Aber schön. Jetzt haben wir doch irgendwie einen guten Lauf, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange. Jetzt spielen wir eigentlich Persona schon. Persona 3. Also auf jeden Fall nicht so lange wie Persona 5. Da saß ich ja irgendwie ein dreiviertel Jahr dran oder sowas. Wenn ich mich recht erinnere. Oh nein! Ich bin weg. Tschüss. Ja. Ja, müssen wir auch schon einfach mal auf YouTube gucken. Da wird's ja bestimmt stehen. Da haben wir das ja dann. Dann wird man sehen, wenn ich die erste Folge hochgeladen habe. Ein prinzipiell. Da hinten ist die Person, okay. Warum hat mir denn keiner Bescheid gegeben? So. Gelähmte Frau. Ah! Uuuuuh! Support zum Eingang. Ich habe folgendes erworben. Angriffsspiegel. Bist du jetzt glücklich? Wenn du willst, kannst du deine Erkundung fortsetzen. Das hatte ich eigentlich auch vor. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich speichere nochmal. Nicht, dass das jetzt notwendig ist. Nicht bei den Aufgaben. Die sind ja relativ einfach zu erledigen. Aber keiner, die schon... Keiner, die schon...